Ja, hallo Fabian, vielen Dank für die Nominierung. Wir machen natürlich auch bei der ALS Ice Bucket Challenge mit. Und wen nominieren wir? Einmal Dirty Playground Cosplay, viel Spaß dabei Mädels. Dann die Jungs von Bonn Air e.V., wir freuen uns aufs Video. Und die Crew von Defcon, da freuen wir uns auch ganz besonders. Und wer wissen will, was das alles so auf sich hat, der Sinn ist ja etwas verloren gegangen, der würde ich sagen, liest einfach mal unsere Videobeschreibung, weil das ist eigentlich eine relativ ernste Angelegenheit und es geht nicht nur darum, sich Wasser über den Kopf zu kippen, aber genau das tun wir jetzt, habe ich gehört. Doch, auf geht's. Boah, geil.